Die kleinen Geheimnisse beim Bügeln. Für meine Carola. 30. Januar 2019. Die kleinen Geheimnisse beim Bügeln. Wie gut, dass ich einen Unterschlupf gefunden habe. Mit Zimmern, in denen es nicht mehr nach mir riecht. Oft gehe ich, wenn sie kommt. Dann hat sie Zeit, sich vorzubereiten. Oft geht sie, wenn es nötig ist. Macht Platz für meine Fremdartigkeit. Viel bleibt da nicht. Wie gut, dass sie frisches Brot kauft. Dann stehe ich vor ihr und staune. Und vertone das Abendessen, sodass es bei jedem Bissen ein wenig anders schmeckt. Wie gut, dass sie für den Alltag sorgt. Einer wie ich bleibt, der tollpatsch. Ein Leben lang. Wenn ich ihr nicht zu viel auf einmal verrate, kann sie trotz alledem bleiben. Wie gut, dass sie die Tränen... ... und blöda sind. Kannst du nicht zu viel nach Hause wissen.